Foto machen. Nein. Willst du mit? Ja, ist gut. Ziemlich kleiner, ne? Der war auch im Wasser, der trocknet sich gerade weg hier. Das ist in so nassen Stellen. Schlimm. Die der Schürten ist nicht gegangen. Es muss sein. Die der Schürten steht, ist gut. Das ist ein Schürter. Ich meinst du mit der Schürten. Aber der Schürten liegt es nicht. Ich würde mich jetzt sehr schlümmen. Vielen Dank.